Ja, grüßt euch wieder Leute. So, das Jahr neigt sich dem Ende zu und ja, ich möchte mich erst mal nochmal bedanken bei allen Abonnenten, bei allen, die mich so zahlreich angeklickt haben, bei diesen vielen Kommentaren. Und ja, ich wünsche euch ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr, dass wir uns bald wiedersehen und dass noch viele Videos, Unboxing-Videos und so weiter und so fort kommen werden. Leute, durchhalten, mit eurer Familien eine besinnliche Zeit verbringen und ja, ich hoffe, man sieht sich im nächsten Jahr wieder. So, gut, dann macht's gut, wie gesagt, freiliche Weihnachten.